Und hin zu Kraftwerk Erstart, um 60 zu 3. Okay. Drei, zwei, eins und los. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Wie langweilig. Und zehn. So. Sechseinhalb Minuten Zeit. All right. Komm! Das hatte jetzt schon was von dem Äffchen. Was? Das hatte schon was von dem Äffchen, ja? Eher weicher oder enger? Bisschen enger vielleicht. Das hängt ja immer nur am zweiten Arm, dass du den nach oben kriegen musst. Richtig Wumpf! Du hast noch 5 Minuten Zeit. Nimm mal den Schwung mit, wenn die Beine nach hinten gehen, den Schwung mit hoch. Du nimmst den mit nach oben. Ich mache es andersrum. Ich nehme den Schwung nach vorne und dann nach hinten mit hoch. Ja, wenn du oben bist. Sobald der Arm rum ist, muss die Beine nach vorne. Ich mache es anders. Komm! Sobald du oben bist, musst du versuchen. Film mal auf. Das war geil. Halbzeit. Komm, hast Halbzeit. Hau rein. Richtig schwungen. Soll ich es nicht? Na. Das ist gar nicht so schnell. Einen Abend schon fast nur. ... Das war's für heute. Ja. 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 Wenn man da nicht so geschaukelt, wenn es da hoch geschaukelt, kommt es nicht mehr geschaukelt. Wie ist das denn? Wie war fast? Ja, fast. Wie eng soll ich schon hochgreifen, denn ich muss nicht verarschen. Meine Arme sind immer an meinen Schultern. Meine Hände sind immer an meinen Schultern. Wenn du sogar noch in der Mitte bleibst. Was? Ja, noch 10. Komm, noch einen Versuch, Yvonne.